Ganz in der Nähe von Koblenz liegt eine wahre Perle, die Insel Niederwert. Sie liegt inmitten des Rheins und ist die einzige deutsche Flussinsel, die von einer Dorfgemeinde bewohnt ist. Viel Spaß mit meinem neuen Video! Niederwert ist für seine Landwirtschaft berühmt, ganz besonders wird gefeiert der Spargel und die Erdbeeren. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war gerade die offizielle Hymne von Niederwert. Und wie man bei einem kleinen Rundgang sieht, hier ist das Leben wirklich lebenswert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und natürlich wird auf Niederwert auch gern gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch christliche Traditionen werden auf Niederwärth großgeschrieben. ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020